Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Itemshop-Botches auf guildnews.de. Mein Name ist Eglis und ich stelle euch heute den Sephiriten-Gleiter vor. Für 400 Edelsteine ist dieser Skin erhältlich. Im Englischen heißt er Sephiriten-Paraglider. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ihr sehen könnt, hat dieser Gleiter zwei Farbkanäle. Nicht sonderlich spektakulär. Das einzig spektakuläre ist, man hängt an diesem Gleiter dran, anders als bei anderen Gleitern, die mehr oder weniger auf dem Rücken sind, für ein paar Ausnahmen. Allerdings ist er thematisch bei den Sephiriten angeglichen. Dementsprechend sind auch die drei Aspekte vorhanden und spiegeln sich im Gleiter wieder. Kritik gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Ausgabe.